Erzähl mir einen Witz. Was steht beim Mathematiker auf dem Grabstein? Damit hat er nicht gerechnet. Ist Ihnen eher nach Gaumen oder nach Zwerchfellfreuden? Erzähl mir einen Witz. Womit haben die Kommunisten Licht gemacht, bevor sie Kerzen nahmen mit Strom? Möchten Sie lachen oder ein kaltes Getränk genießen? Erzähl mir einen Witz. Herr Ober, haben Sie Frosch-Schenkel? Der Ober, aber natürlich mein Herr, darauf der Gast? Dann hüpfen Sie in die Küche und holen Sie mir ein Steak. Möchten Sie ein Bier? Erzähl mir einen Witz. Ich habe Ihnen bereits alle Witze erzählt, die ich kenne. Möchten Sie ein Bier? Ich nehme ein Bier. Ich nehme ein Bier. Untertitelung des ZDF, 2020